so hallo ihr lieben ich bin heute mal wieder da und zwar seht ihr schon dass ihr relativ viel gekleckst worden ist heute schon und auch gestern schon ich lasse das aber jetzt genau so weil ich so andere möglichkeiten noch habe zeige ich euch jetzt gleich wie sieht es ja aus hier sieht es danach aus dass irgendjemand mit viel farbe rum hantiert hat prinzipiell richtig das meiste davon ist aber kaffee tatsächlich ich muss meinen grundstock an kaffee gefärbten papier mal ein bisschen auffüllen und möchte mit relativ wenig aufwand relativ viel schaffen und deswegen habe ich mir jetzt hier die zeitung vom wochenende hergelegt hier also die liegt komplett hier also falls man das hier so ein bisschen erkennt die liegt komplett hier und zwar so dass die auf die lange seite nur so eine zeitung hat ja immer irgendwie eine lange seite und eine kurze seite also so lange seite hier das tv programm vom wochenende und die offenen seiten liegen hier bei mir nach unten also oben ist so und unten liegen die offenen seiten nur mal so und zwar lasse ich das genauso liegen und legt dann immer die eingefärbten papiere also die die schon durch die kaffee dusche durch sind lege ich dann immer so in diese einzelnen seiten hier sehen wir schon mal so ein bisschen was was ich ausprobiert habe dass das dann miteinander dass ich das dann einfach miteinander so nehmen kann und kann es dann weglegen zum trocknen und haste nicht gesehen habt vielleicht auch so ein bisschen den hinter gedanken ob das so funktioniert oder nicht weiß ich nicht dass wenn man das da so zwischen die seiten durch also rein steckt dass man dann dass sich das dann so gegenseitig ein bisschen beim trocknen hilft ich denke ihr versteht was ich meine gut ich habe wie schon gesagt schon relativ viel rumgekleckst hier hier ist schon überall kaffee verteilt ich habe hier so ein kleines kaffee bad mir gemacht das ist irgendeine blisterverpackung von irgendwas da war irgendwas drin eingepackt und zwar habe ich mir eine sehr 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 starke kaffeemischung angemacht also das sind jetzt schon nur noch die reste da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen rein und zwar nehme ich hier einfach löslichen kaffee also wie wahrscheinlich jeder der kaffee färbt irgendwie mit löslichem kaffee oder so und machen hier wirklich eine richtig dicke mischung dass das mal nicht so nur angehaucht ist sondern dass das richtig dunkles papier wird und mit richtig dick also ich messe da nicht wirklich was ab aber es darf schon richtig ordentlich was drin sein also da ist ja jetzt noch ein bisschen drin wie sie kommen wir nicht mehr zusammen rinder und erst mal wieder aus ja und dann möchte ich das auch nicht mit wasser an sondern ich möchte es natürlich mit übrigen kaffee an weil übriger kaffee steht ja wahrscheinlich auf jedem basteltisch also bei mir steht immer irgendwo ein pot mit übrigen kaffee weil das hier ist der frische kaffee den ich mir gerade noch gemacht habe und ja irgendwo steht aber immer noch irgendwie so eine neige also irgend so ein bisschen was so jetzt ich rühre da gar nicht so richtig drin rum sondern ich lasse den jetzt so ein bisschen anlösen also der der kaffee sollte kalt sein also ihr könnt es auch warm anrühren dann vermischt sich das ein bisschen besser und es muss auch trotzdem so viel sein dass sich das ganze pulver schön auflöst wie hier das sehen wir jetzt noch dass das hier oben sehen wir dass da noch ein bisschen klümpchen drin sind das klebt dann unglaublich jetzt muss ich trotzdem von meinem guten heißen ich trinke erst mal lecker musste jetzt trotzdem das war praktisch muss ich trotzdem noch ein bisschen dazugeben weil es sich nicht aufgelöst hat sie ist ja gut dass wir hier eine unterlage haben das nehmen wir dann gleich noch mit was hier liegt so und weil ich irgendwie der meinung bin ich muss alles relativ schnell heute über die bühne zu kriegen beziehungsweise möchte relativ viel schaffen an gefärbten papieren also es ist schon eine richtig dicke pampe und es bildet sich ja hier oben diese crema also dieser schaum den verarbeiten wir dann auch immer noch die nase ist noch ein bisschen zu übrigens aber ich versuche nicht so oft hier aufzug zu fahren nächste katastrophe ich habe hier die hatte ich mir mal bei action mitgenommen das auch schon farbe dran das sind ganz normale so schaumstoff rollen und lampe rollen oder halt so fällt ist kein richtiges lampe es ist also synthetisches lampe und habe mir die zum färben von papieren eben ausgesucht und ich habe auch schon damit rum gespielt also das hier war mal diese weise die habe ich gestern mal verwendet und das hier ist die lampe rolle da habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen dran rum gedischt und ich habe mir auch zum abstreifen hier diese farb links da habe ich mir auch mal mitgenommen vielleicht ist auch immer ganz sinnvoll in den lappen also der muss dann jetzt heute dann doch mal in die wäsche also wer darf heute noch ein bisschen kaffee spielen und dann muss der in die wäsche aber ein lappen wäre vielleicht auch ganz von vorteil und ich habe mir noch einen großen ganz neuen pinsel da die katze vorhin schon dran rum gespielt deshalb füsselt der hier so ein bisschen aus den großen pinsel also ich möchte hier nicht großartig mit irgendwas rum hantieren also mit schablonen oder was auch immer sondern ich möchte so ein bisschen versuchen struktur ins papier zu bekommen ohne großartig hilfsmittel einzusetzen also jetzt nicht nur hier das habe ich noch das ist kamillentee tatsächlich frischer kamillentee und ein washi tape dünnes habe ich vorhin schon mal ausprobiert ob das so funktioniert weiß ich noch nicht ob ich davon so überzeugt bin zum färben selber habe ich vor allem ganz normales 80 gramm also meinen 80 gramm papier kopierpapier rausgesucht dass ich für alles eigentlich verwende ich habe schon mal gesagt die firma heißt oder der der fabrikat heißt navigator es ist ein hochweißes papier deswegen ist jetzt hier auch der weiß abgleich so ein bisschen schlecht weil das einfach hochweiß ist und ja halt ein sehr gutes office papier ist ich habe aber auch also 80 gramm war das ich habe mir aber auch gleich mal einen a3 block mit ausgesucht also hier einen ganz normalen zeichenblock von stauffen ist der halt jetzt das ist eine hunderter grammatur da werde ich dann auch so ein bisschen rumklecksen damit weil wir dann eben auch einfach mal ein a4 journal also dass man so meine grundlage für ein a4 journal vielleicht hätte und was ich mir vor x zeiten bei ich glaube kick oder so ja genau bei kick mal gekauft habe für 10 cent in der wühlkiste ich glaube die kennt auch jeder das sind diese aquarellpapiere die so ein bisschen gold poliert sind habe ich schon ausprobiert funktioniert super auch mit kaffee zu färben da färben wir uns heute auch ein paar ein gut ich überlege gerade ob ich für euch die rolle einfach mal tausche dass wir mit komplett frischen rollen anfangen weil die ist jetzt einfach schon getränkt ich muss sie ja nicht wegschmeißen da kann ich ja dann später noch ein bisschen dran rum klecksen ich werde mir die mal abfummeln und werde uns mal mit ganz neuem material hier jetzt anfangen so ich habe uns jetzt auch mal die schaumstoff rolle genommen weil das gestern auch das erste war mit dem ich angefangen habe wir haben bei unsere kaffee lösung also unseren kaffee schlanz ich das ist schon richtig dunkel also es wird ich zeige euch vielleicht mal ein papier das ist das papier das erste das gestern so aus der färbung rausgekommen ist und ich weiß nicht ob man so ein bisschen erkennen kann durch diese rolle geben sich so ein bisschen die blaze ach komm wir machen es erstmal also nur was ich sagen wollte mischt euch bitte eure kaffeelösung genau so an wie ihr der meinung seid dass euer papier werden soll also das hier ist jetzt für ein wirklich wirklich dunkles papier gedacht also es ist ein wirklich dunkel gefärbtes kaffeepapier ihr könnt euch natürlich noch alle anderen papiere zurecht legen das ist vielleicht auch so ein guter tipp legt euch am anfang alles zurecht was ihr einfärben wollt weil wenn ihr dann nochmal rumhantieren müsst dann habt ihr schon keinen bock mehr also mir geht es so ich kann nur für mich sprechen übrigens gut ich nehme mir immer zwei papiere weil es dann einfach auch ein bisschen schneller geht und wir machen ja prinzipiell das gleiche so und jetzt habe ich hier meine kaffeelösung meine kaffeelösung und gehe jetzt einfach erstmal vorsichtig mit dieser rolle in den kaffee rein weil der schaumstoff schon doch also ordentlich zieht also der macht das schon ganz ordentlich bei so farbe muss man da vielleicht immer ein bisschen mehr reingehen aber das ist hier eine dünne lösung also das ist nur ein dünner kaffee da braucht man gleich am anfang nicht so viel glaubt glaubt mir einfach also ich habe hier nicht alle stellen von der rolle das passiert dann jetzt einfach so und jetzt klatschen wir uns das einfach drauf und dann vielleicht jetzt mal wegen dieser rolle ich weiß nicht wer das schon mal gemacht hat mit so einer schaumstoffrolle ich fahr einmal auf die lange seite und fahr wieder runter also ich fahr komplett drüber und dann schauen wir uns erst mal das ergebnis an nicht irgendwie noch ein bisschen rumhantieren ihr werdet streifen rein bekommen aber es wird einfach durch diese crema die wir uns jetzt auch aufgenommen jetzt müssen wir schon schnell machen guckt also und das was ich deswegen habe ich jetzt auch meine zeitungen liegen lassen durch das dass die sich eben schon so welt weil ich schon relativ viel darauf gemacht habe haben wir hier kriege ich hier so weiße stellen seht ihr das mitten drin sind einfach die wellen und dann fahr ich da jetzt schon eine geile farbe leute hier unten haben wir schon ein paar seht ihr jetzt nicht das ist mit dem viel weiß ist ein bisschen kacke guckt mal hier unten da ist übriges kaffeepulver das sich nicht aufgelöst hat ich fahre jetzt einfach mal ein paar mal drüber ich lege euch ein bisschen musik dahinter und dann schauen wir uns das mal miteinander an ich mache das gleich ein paar auf ein paar mehr papieren weil es passiert jetzt nicht viel großartig andere ist außer dass ich hier mit meiner rolle drüber fahre und ja vielleicht nur so viel ganz kurz zwischen rein also wir sehen hier jetzt schon unterschiedliche trockenungsstadium beziehungsweise wie wir halt gefahren sind das müsst ihr euch halt selber überlegen wie ihr und auch also ihr bekommt unterschiedliche ergebnisse je unterschiedlicher ihr drückt ich drücke jetzt mal ein bisschen fester auf da kommt natürlich dann ein bisschen ihr müsst nur schauen dass es weiter rollt und dass ihr nicht nur schubst das ist ja bei farbe auch nicht so also auch immer so ihr bekommt eben je nach druck oder je nach geschwindigkeit vielleicht auch bekommt ihr andere ergebnisse aber ich finde einfach diese also diese struktur die diese rolle macht eigentlich ganz cool ins papier also hast du nicht gesehen ich mache es halt einfach jetzt so oder so und jetzt drehen wir uns das ganze um und dann gehen wir da gleich nochmal auf die rückseite hier sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen dann muss ich euch dann mal ein bisschen näher annehmen bei der nächsten katastrophe nehme ich euch ein bisschen näher ran so seht ihr jetzt wie ich es mache über das komplette papier und hier also durch den druck bildet sich halt dann auch schaum und den müsst ihr halt wieder verstreichen oder ihr lasst ihn drauf trocknen dann bekommt ihr halt andere streichen nächste frage ist möchte ich auf die lange seite so wie ich es jetzt hier mache streichen also die struktur quasi quer haben wenn ich es dann ja ins album habe dann wird ja hier der knick irgendwo sein also in der hälfte dann habe ich auf der a5 seite dann eine quer struktur oder fahre ich nach oben dann habe ich halt eine längsstruktur also das sind schon so fragen wie man sich vorher stellen soll wenn ihr sagt es ist mir völlig egal wie das aussieht weil ja wichtig ist was dann beim journal selber rauskommt habt ihr völlig recht dann macht es genauso wie ihr wollt und das hier ist jetzt wirklich so ne ich will jetzt nicht sagen beschäftigungstherapie aber das ist jetzt wirklich so was hier wo ich mir sage i love it echt also ich könnte das irgendwie relativ lange machen einfach nur so papier einfärben so und das war jetzt auch schon der ganze zauber beim ersten mal also ich nehme euch mal ein bisschen näher ran guckt mal hier sieht man vielleicht so ein bisschen die struktur oder sieht man so ein bisschen was diese rolle angestellt hat und die zwei seiten nehme ich jetzt und klatsche sie mir einfach in so eine doppelseite zeitung rein vor allem ja mache ich also ich mache eigentlich die ganze zeit jetzt nichts anderes wir versuchen hier jetzt nur mal so ein bisschen eine struktur reinzubringen also dass wir vielleicht so ein paar bahnen haben ich fange auf der kurzen seite an und gehe mal wirklich nur also ich bin jetzt relativ stark in den kaffee habe recht viel aufgenommen es wird natürlich weniger weil ja der kaffee auf dem papier bleibt aber ich verwischt da jetzt mal nichts also ich nehme ja wirklich nur diese eine struktur oder diese eine bahn außer da wo es halt noch nicht weiß ist und lasst das hier mit antrocknen das ist wie so schaum der sich eben durchs auftrocknen also durchs aufdrücken bildet und den lasse ich jetzt einfach mal so dran und dann haben wir halt diese bahnen dann also da wird es dann dunkler das papier so und das mache ich jetzt auch auf der anderen seite in dem fall ist es dann halt jetzt eine hohe struktur also da haben wir dann die striche in der höhe und ich lasse es jetzt aber auch nicht antrocknen oder sonst irgendwas ich drehe es direkt um und was dann rauskommt kommt raus also es ist jetzt nicht so dass ich sage ich muss da unglaublich aufpassen und das gleiche machen wir auf der rückseite der eine platschen da war mir jetzt ein bisschen zu groß deswegen bin ich da einfach noch einmal drüber aber prinzipiell läuft das so würde ich sagen ja auch hier war ein bisschen wenig weiß deswegen vielleicht wenn ihr wirklich zwei legt macht euch hier so ein bisschen platz zwischen rein dass ihr hier oben in der mitte anfangen könnt oder am rand anfangen könnt und einmal runter ziehen könnt dann vergesst ihr keine kanten also dann werden die kanten immer gleich schön mitgemacht und das kommt jetzt genau so wie es ist also hier ist ein relativ großer balken es wird ein bisschen länger dauern wahrscheinlich bis das durchtrocknet aber genau so wie es jetzt ist kommt es unten in die zeitung ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher herangeholt guck mal wie groß meine hand ist also meine hand ist ja immer knackwurstfinger aber ich habe euch mal ganz nah herangeholt weil ich gedacht habe ich zeige euch einfach mal was ich mit dieser struktur meine die diese Rolle macht also ich habe gerade hier jetzt noch mal Wasser oder Kaffee geholt relativ viel und dann wollte ich euch jetzt bloß mal zeigen wie das eben aussieht das macht es jetzt hier also es bildet hier so diese Bläschen und genau das ist das was ich dann eigentlich mit auftrocknen lassen möchte also diese Struktur die diese Rolle einfach ins Papier reinbringen also hier sieht man es vielleicht ein bisschen je öfter wir drüber gehen desto öfter also desto weniger wird es dann auch wieder aber ich denke man kann es so ein bisschen erkennen das sieht jetzt ziemlich hell aus ist eigentlich ein bisschen dunkler aber ihr habt eben hier so diese Maserung und diese Struktur im Papier drin immer so ein bisschen weiter weg je weiter weg desto dunkler aber genau das möchte ich eigentlich haben ich versuche das dann natürlich auch wenn ich euch die Papiere zum Schluss nochmal zeige versuche ich das noch ein bisschen einzufangen und genau so lasse ich es eben jetzt weg trocknen ich habe jetzt hier aus Versehen ein zweites unten drunter gelegt das macht jetzt mal nichts dann machen wir doch gleich mal weiter dann sind wir gleich dann hier cerca und machen chair maier und dann mache die Papier τις und dann här profound mal ich denke so kann man das ein bisschen erkennen es ist wie schon gesagt nicht so weiß wie das jetzt hier rauskommt aber ihr seht jetzt hier die struktur ein bisschen besser und auch diese schaum nasen hier lassen wir auf jeden fall mit auftrocknen dass wir einfach diese struktur dann im papier haben ich drehe die beiden jetzt noch um und macht das gleiche auf der rückseite so und dann kommt das wieder wie sollte es anders sein unten in die zeitung rein das hat sich gerein also ich habe mir jetzt die lampe rolle wieder drauf und ich habe aber die alte wieder genommen weil ich mir gedacht habe also ich habe es jetzt bei der anderen gemerkt es ist so viel unterschied nicht ob ihr eine neue oder eine alte nehmt also das ist wie bums faller also das heißt eine neue oder eine alte die ist halt einfach nass von kaffee also da habe ich gerade vor bevor ich dieses video angefangen habe habe ich da jetzt mit kaffee rum hantiert also es ist eine ganz normale kaffee rolle ich nehme jetzt mal das was jetzt noch drin ist ich habe keine ahnung wie sehr dass die jetzt voll ist und gehen noch mal über ein blatt drüber und das meinte ich jetzt eben das möchte ich jetzt auch so ein bisschen machen guck mal ich gehe da jetzt drüber und habe durch die wellen die die zeitung von unten macht gibt sich dieses muster jetzt so vorne also unten drunter sind wählen und da kommt die rolle nicht überall hin und genau so lassen wir das jetzt aber tatsächlich mal und dann machen wir das noch mal auf der rückseite also dass da so schaut das ist das problem ihr müsst wirklich schauen dass die rolle sich nicht schliert sondern dass die wirklich so dass die rollt also nicht zu sehr aufdrücken und jetzt haben wir hier so ein mega geiles crush paper also es ist ich weiß nicht wie es nennen soll crunch ist es nicht also es ist so halt wie sich das ebenso vorgibt guck mal ich finde dass sie doch mega geil aus ist es ist hier sehr also hier oben und hier unten ist es sehr gleich nur der obdruck ist ein bisschen kleiner ich muss jetzt hier einfach ein bisschen fummeln leute ich fummel hier ein bisschen rum wenn neuer schritt dazu kommt den ich euch noch nicht gezeigt habe dann melde ich mich wieder ansonsten fummeln ich jetzt hier bloß mal so ein bisschen rum so ich habe mir gedacht rumfummeln kann ich dann auch später ich nehme jetzt mal hier so ein von diesen aquarell blöcken die sind hier wie ich sag mal transparent im boss das ist nämlich auch das was wir durchaus machen können also wenn ihr ein weißes blatt habt und ein post irgendwas in mit transparenten im bossing papier dann kommt das dann auch so raus haben wir schon gemacht oder habe ich schon gemacht wir weiß ich nie zusammen haben wir das zusammen schon gemacht ich muss mal gucken ich habe hier eins das sind so pünktchen drauf also so gecrunchte pünktchen dann haben wir hier welche mit dreiecken dann nehmen wir uns mal noch die zwei also mit einhörnern lassen wir jetzt vielleicht mal weg das ist eingerissen das mit den dreiecken holen wir uns mal noch das sind zwei stück noch auseinander fisseln was haben wir denn hier noch hier haben wir blätter und blüten mit gold verliert ja warum nicht why not sagt die liebe barbara sagt immer why not why not ich finde ich liebe barbara echt ihre allein ihre also die aussprache ich liebe dieses englische mit dem mit diesen österreichischen slang ich könnt ihr einfach stundenlang zuhören vor den einstreck fleißig hatte ich gesagt aber brauche ich nicht sagen kennt wieder ich denke ich hier sind schmetti ist noch beieinander haben wir noch hier habe ich sternchen noch hier sind nochmals so ein stern schauer ich denke das war es dann auch von den motiven hier sind kätzchen dann sind wir noch mal so grünchen und hier sind noch mal herzchen ja kommt jeweils eins schütte gut daneben war jetzt mal die legen wir uns jetzt einfach so ein bisschen auf machen wir natürlich auch vorder- und rückseite katze muss auch mitspielen ich hoffe die hüpft jetzt nicht hier in kaffee rein gestern hat versucht hier rüber zu springen als ich den kaffee gerade angematscht hatte das war natürlich nicht so prickelnd so alle auf einmal geht ihr nicht aufs papierchen kannst du das bitte danke er schneitzt die ganze zeit und es ist furchtbar für die katzen die katzen möchten lieber wieder sonne haben ich möchte bitte lieber wieder sonne haben so was haben wir denn jetzt hier alles wir haben sechs verschiedene völlig boogie da klatschen wäre es jetzt auch einfach drauf und dann da braucht er aber ein bisschen lappen im hintergrund weil dieses was hier so weiß ist also dieses im boste sagt jetzt mal hoffentlich reicht mir die lösung noch guck mal hier ist nur noch sehr sehr wenig drin ob mal zu einfach mal dass das reicht weil das hier das wird dann vom kaffee so ein bisschen angegriffen das müssen wir da ein bisschen schauen dass man es weg bringen solange es noch ein bisschen feucht ist sondern da klatschen wir jetzt wo seht ihr es am besten hier das klatschen wir jetzt einfach mal da drauf da pass ich jetzt auch nicht auf die struktur so richtig drauf auf also nicht nicht so wirklich sag ich jetzt schön rollen auch die folie also auch das was hier so gold foliert ist das müssen wir dann alles wieder ein bisschen abwischen zur not dann auch mal ein bisschen feucht also mit nehmen mit einem feuchten wie heißt das hier so einem baby feucht hoch haben wir ja auch alle am schreibtisch liegen und basteltisch liegen da wäre vielleicht habe ich mir jetzt gerade überlegt weil diese lamm fälle rolle oder diese fälle nicht lamm rolle hat trotzdem macht trotzdem ein bisschen gröbere struktur da wäre es vielleicht geschickter gewesen die andere zu nehmen die schaumstoffrolle zu nehmen aber klappt schon so auch hat er als funktioniert so jetzt seht euch das doch schon mal an oder unten am boden natürlich und jetzt wischen wir da so ein bisschen drüber ich finde das mega das läuft leute so und jetzt schauen wir dass wir die schmetti ist hier auch wieder schön sauber bekommen so und jetzt guckt euch das doch bitte mal an wie geil sieht das denn bitte aus oder hinten noch nicht machen wir jetzt gleich aber ich liebe das es riecht einfach so unglaublich nach kaffee perfekt so ich mache mir jetzt hier noch die rückseite also das funktioniert auch perfekt die sternchen sie doch auch super süß aus oder super cute würde die barbara sagen super sweet super cute ich könnte alles aber falls du aus irgendeinem anfall geistiger umnachtung dieses video sehen solltest i love you ich klatsche mir da jetzt noch ein bisschen von mir ich trinke erst mal und jetzt klatschen wir uns da noch ein bisschen rein nicht dass es nicht hilft also nicht reicht das wird halt dann ein bisschen heller aber ist ja die rückseite und so weit super das nehmen wir jetzt gar in diese rolle rein und dann müssen wir noch mal lösungen anrühren und dann klappt das auch mit den nachbarn wenn den spruch noch jemand dann klappt das auch mit dem nachbarn kalgoni werbung damals früher als ich noch jung war gott so lange her das wird sie jetzt für euch nicht an allen stellen so richtig gut aus aber für mich passt das so ich liebe es wenn ein plan funktioniert zum trockenen weg so nächste katastrophe ich möchte mir jetzt gerade noch mal eine neue mischung an an kaffee lösung und zwar habe ich jetzt relativ wenig von dem kaffeepulver genommen aber ich möchte hier kupferfarbene acrylfarbe mit einmischen also das ist hier so eine metallik kupferfarbe und ich muss nämlich jetzt einfach wieder ein bisschen von meinem aktuellen kaffee trennen machen wir da ein bisschen was von rein kann man schon und dann verteilen wir das doch mal oder mischen das doch mal unter mehr jetzt einfach hier so ein fächer pinsel und mischt das ein bisschen rein geil leute läuft seht ihr nicht aber diesen metallik glanz löst sich alles nicht alles so auf als wasser halt gesättigt wird also es halt einfach so aber dann haben wir halt an manchen stellen ein bisschen mehr acrylfarbe jetzt versuche ich euch das mal so ein bisschen zu zeigen seht ihr so dieses metallische ein bisschen seht ihr das wie das für was das für tolle schlieren hier schon sind das versuchen wir doch jetzt mal aufs papier zu bringen würde ich sagen würde ich sagen so das kommt wieder ins wasserglas zur seite könnte recht dünn sein die lösung habe ich mir jetzt gerade so also so beim schränken aber es macht nichts ein papier noch ein papier meine hände sehen aus färbt hier schon alles ab so ich lasse ich ein bisschen näher dran nicht ganz so weit weg dann schauen wir doch mal was dieses kupfer jetzt mit dem papier macht also was diese acrylfarbe mit dem papier macht okay die hat jetzt einfach mal alles aufgesogen da muss ich vielleicht ein bisschen ausquetschen wieder die ganze hier die komplette lösung aufgesaugt und dafür ist dann aber diese zweite gar nicht schlecht da kann man da ist es jetzt einfach so ein bisschen wieder abstreifen und dann fällt das eben da unten rein geht dann jetzt super schlau stefanie in die andere rolle gleich mit rein aber das macht nichts handieren wir dann eben damit und da sehe ich jetzt schon dass hier mehr acrylfarbe drauf ist ich hoffe dass wenn das dann getrocknet ist dass das genau so bleibt und dass ich euch das dann ein bisschen einfangen kann vielleicht nein ihr seht es nicht und das ist so geil das gibt jetzt also so die basis ist natürlich weiterhin der kaffee aber es legt sich einfach diese kupferfarbene metallik glanz aufs papier wie schon gesagt ich mache das jetzt einfach mal und versucht euch dann ein bisschen einzufangen vielleicht wartet mal vielleicht sieht man sieht es nicht doch so ein bisschen oder seht ihr diesen metallik schimmer sieht in real life viel besser aus ich hantiere noch ein bisschen rum so die zeitung ist voll also es ist wirklich hier an jeder doppelseite trocknet irgendwas hier habe ich mal einfach so gummi spitze aufgelegt zum trocknen mal gucken ob das so einigermaßen funktioniert so ein bisschen zeichnet sich ab habe ich mal habt ihr gar nicht gesehen also hier ist so gummi spitze mit drauf es ist wirklich an jeder an jeder in jeder doppelseite ist irgendwas drin hier habe ich jetzt gerade noch ein a3 papier reingelegt mal gucken was so passiert ich nehme jetzt die papiere raus die schon so ein bisschen an getrocknet sind also die nicht mehr ganz so nass sind wie es zum beispiel das geht und legt die bei mir auf dem fußboden zum weiter trocknen vor die heizung und fummelt dann einfach noch ein bisschen rum und zeige euch dann zum schluss mal so ein paar papiere ich werde jetzt hier großartig nicht mehr rum hantieren ich wollte euch eigentlich nur mit diesem video zeigen dass ihr das auch wunderbar mit hier solchen rollen machen könnt also das klappt echt gut und dann schauen wir uns dann später das ergebnis miteinander an so guckt mal die papiere sind durchgetrocknet ich blätter sie mit euch jetzt mal durch ich hoffe dass das rauschen das im hintergrund ist nicht so schlimm ist aber ich bin gerade beim video konvertieren ich muss momentan so ein bisschen zweigleisig fahren weil ich irgendwie keine zeit habe ich weiß nicht wo die zeit momentan hingeht aber irgendwie muss das jetzt so ein bisschen nebenher gehen also das mit dem video ich habe die sachen jetzt mal so ein bisschen durchsortiert ganz oben liegen hier die ganz kleinen das waren diese aquarellblätter also von diesem aquarellblock die wir genommen haben und ich finde das einfach mega cool also dieses rein weiße also von dem papier unten durch es ist ja nichts anderes wie hatte ich vorhin glaube ich schon mal gesagt wenn ihr auf einem rein weißen papier klar embosst also durchsichtig embosst dann bleibt natürlich die farbe drunter die also auf die sich das embossingpulver drauf gelegt hat hättet ihr jetzt zum beispiel ein hellblaues papier dann wären also und würde das dann mit kaffee bepinseln würden die ganzen schmetterlinge nicht weiß sondern hellblau sein logischerweise also ihr versiegelt quasi die unterste farbe von diesem papier und ja ich finde auch deswegen möchte ich jetzt auch nicht mit voiceover machen deshalb müssen wir jetzt so mit dem rauchen ein bisschen zurecht kommen es klingt einfach anders also wenn ihr ein gefärbtes papier habt klingt es einfach anders als vorher also als dieses kopierpapier oder was auch immer ihr zum einfärben nehmt vorher geklungen hat und deswegen möchte ich das jetzt so mal versuchen ein bisschen euch näher zu bringen also hier haben wir einmal diese schmetterlinge die haben wir gleich zweimal die werden auf jeden fall mit verarbeitet hier ist ein bisschen da habe ich ein bisschen spät den kaffee obendrauf abgenommen seht ihr das also da ist so ein bisschen braun noch mit drauf das legt sich dann einfach drauf ich kann mal versuchen wartet mal wir können mal versuchen mit einem baby feuchttuch das jetzt noch ein bisschen abnehmen zu können ja das funktioniert ein bisschen besser also ihr kriegt es so ein bisschen weg aber also hier noch so ein bisschen was geht weg aber besser ist es wenn man das vorher macht oder wenn man das macht solange der kaffee eben noch feucht ist hier haben wir dann mal so ein bisschen diesen sternschauer das hier oben ist tatsächlich ich habe hier zwei also das ist tatsächlich so von dem papier also ergibt sich so aber ich finde es cool dass sich trotzdem diese ganz kleinen sternchen die hier unten sind die definieren sich trotzdem mit und auch immer schön schauen dass ihr die goldfolie mit sauber bekommt also dass das eben auch von dem kaffee befreit wird den ihr da drauf gepinselt habt hier auch wieder sternchen in weiß die habe ich auch zweimal dann diese drei ecken wo es eben dann reinpasst wird es dann jetzt mit verwendet herzchen wir jetzt vielleicht für valentinstag ganz gut da ist auch relativ viel kaffee drauf muss man auch mal gucken ob wir das noch ein bisschen runterkriegen ne das ist ja ne also wirklich aufpassen dass ihr es schön beim färben schon runter bekommt hier diese krönchen das finde ich ganz cool das sind diese kreise diese diese gewischten kreise und hier haben wir jetzt noch diese blümchen und die blätter also dieses dschungelmotiv sag ich jetzt mal dann geht es auch schon weiter mit den ganz normalen a4 blättern und ich weiß noch nicht wie ich es euch am besten zeigen soll beziehungsweise also ob ob das jetzt von der sortierung her so passt wir haben hier ich weiß nicht man sieht so ein bisschen hier haben wir zwei so kanten drin das würde weggehen wenn man es bügelt aber das hier ist jetzt alles ungebügelt da hat einfach beim einlegen in die zeitung hat es da einfach zwei knicke gegeben so what so what das ist jetzt eins das relativ dunkel ist es kommt in der kamera gar nicht so dunkel raus aber es ist wirklich so ein richtig schönes cognac braun ich hole mal eins im vergleich eins das ein bisschen heller ist dazu vielleicht sieht man so den unterschied also es ist wirklich richtig richtig schön dunkles braun fast wie kraftpapier von der farbe her ja das sind jetzt keine so ganz besonderen also da ist jetzt von der struktur nicht so richtig was passiert da kommen noch andere aber so ein bisschen was hat jedes papier also so ein bisschen was extra sag ich sag ich jetzt mal hier oben sieht man vielleicht die struktur von der von der farbrolle so ein bisschen aber wie schon gesagt das kommt noch mal besser raus hier haben wir mal querstreifen also da sieht man deutlich im muster dass es eben auf die lange seite gestrichen ist und hier also man sieht schon überall so ein bisschen muster und ein bisschen formen oder so ein bisschen das ist einfach durch dieses durch diesen schaum der sich ergeben hat und wenn der dann an der luft trocknen kann dann ergibt sich das einfach so als muster hier haben wir jetzt noch eins da klebt das washi tape noch drauf tatsächlich weil ich es wirklich durch trocknen lassen wollte weil das hier ist das das ich jetzt im feuchten zustand abgerissen habe da habe ich wirklich genau so wie hier auch einfach das washi tape so ein dünnes washi tape drauf geklebt und habe es einfach im nassen zustand abgerissen und dann ist hier die oberste schicht von dem papier einfach mit abgerissen und deswegen habe ich das jetzt hier mal drauf gelassen und habe gedacht wir ziehen das jetzt miteinander ab und washi tape wenn er es vorher nicht also das habe ich jetzt vorher nicht irgendwie am pulli oder an irgendwas abgenudelt damit es eben schön klebt dass auch kein kaffee drunter laufen kann wenn ihr washi tape abzieht dann macht es also nicht hier so hoch ziehen sondern macht es am besten wirklich immer schön flach legt euch so nach hinten und macht das schön flach dann ist die wahrscheinlichkeit dass es einreichst so ein bisschen geringer also habe ich zumindest für mich festgestellt ich finde das ergebnis ziemlich cool hier also mit diesem komplett weißen streifen dann jetzt wieder in dem doch sehr braunen papier also auch da merkt man dass es eine lösung war die relativ viel kaffeepulver hatte oder also löslichen kaffee in sich hatte kommen dann noch andere die nicht ganz so satt sind sage ich jetzt mal also nicht ganz so gesättigt sind ich zupfe das jetzt hier alles ab hier oben ein bisschen restepapier so und so sieht das jetzt aus es ist natürlich so ein bisschen an manchen stellen reingelaufen es ist ein bisschen schade aber macht jetzt nicht wirklich was aus und hier ist die rückseite tatsächlich habe ich nicht drüber gepinselt ich glaube hier habe ich drüber gepinselt ja und das sieht jetzt auch nochmal den unterschied also hier ist wirklich nur die vorderseite mit kaffee dann eingepinselt und ihr seht aber auch hier wo das washi geklebt war seht ihr trotzdem dass es heller weiß ist und es zieht ja trotzdem in den in den rändern zieht der kaffee ja trotzdem so ein bisschen nach hinten beziehungsweise die unterlage war ja auch relativ verschmutzt verschmutzt in anführungszeichen und dann zieht das schon so ein bisschen rein und hier das ist tatsächlich die vorderseite wie schon gesagt hier mit dem fail aber da bin ich einfach auf der rückseite noch mal drüber gegangen mit kaffee man sieht die streifen trotzdem noch ein bisschen durch aber es ist lange nicht so klar wie hier also das sind jetzt mal so unterschiede bei washi tape technik und das hier sind tatsächlich papiere die habe ich im feuchten zustand einfach nur da drauf gelegt also so ja so rum also habe übers washi tape ja mit rüber gepinselt und habe es dann so drauf gelegt das papier und habe hier dann einfach nochmal drüber gepinselt also drüber gerollt dann haben wir hier so die leichten spuren das sieht man hier so ein bisschen die leichten spuren von den washis und auf der seite ist dann einfach nur der abdruck eben von dem das was ist der kaffee der auf dem washi tape drauf gelegen war und das ist einfach der rest dann so dass der untergrund noch abgegeben hat mehr ist daran nicht passiert tatsächlich die haben wir jetzt beide schon gesehen hier ist noch mal das gleiche also auch einfach nur noch mal den abdruck das hier das ist hier so gummi spitze vom action das habe ich tatsächlich einfach falsch gemacht man sieht so einen leichten abdruck ich habe das auch hier festgeklebt gehabt dass diese spitze nicht verrutscht aber muss ich jetzt ganz ehrlich sagen dass ich so spitzen kaffee färben das mache ich tatsächlich noch mal wann anders also ich habe mich da auch dann nicht mehr weiter damit beschäftigt das waren so die anfänge also das ist hier so gummi bohrt nicht mehr verwendbare gummi bohrte also wirklich hier so schmeiße ich mal weg also da werde ich mich irgendwann anders noch mal damit beschäftigen mit spitze selber wird jetzt nicht so mein favorite man sieht so leicht hier noch vielleicht war es auch zu trocken schon und hier sieht man also da habe ich die spitze aufgeklebt bevor ich drüber gerollt habe sieht man auch so ein bisschen was sie werden jetzt nicht wegfliegen weil die mitte ist es selbst wenn ich jetzt sage okay das links und rechts gefällt mir nicht kann ich das ja immer noch verwenden oder hier vielleicht einzelne teile als collagen papier dann einfach verwenden aber haut mich jetzt nicht vom hocker und hier das same festkleben ist auch keine gute idee leute weil ich gedacht habe man kann es vielleicht ordentlich ablösen wenn man es auf den kleber auf der spitze anbringt nope funktioniert nicht die muss man nicht wegschmeißen die ist noch einigermaßen in ordnung wobei mich hier eben einfach die maße rum sehr gut gefällt hier sieht man jetzt schon mal die streifen von der rolle also da ist die habe ich die rolle ein bisschen zu fest aufgedrückt oder fester aufgedrückt nicht zu fest so ist es halt rausgekommen ja auch ein ziemlich unspektakuläres papier aber trotzdem noch so was brauchen wir ja hier hat sich ich weiß nicht durch was was ergeben also ein so ein klecks ergeben und ich weiß aber wirklich in dem papier weiß ich nicht warum aber ansonsten ist es ein sehr schön durchgefärbtes papier mit unterschiedlichen stellen so und jetzt ich denke man kann es auch in der kamera jetzt schon so ein bisschen erkennen das ist jetzt das papier also da fängt es jetzt ein bisschen an ich glaube bis hier so ungefähr wo wir die kupferfarben eine acrylfarbe mit eingemischt haben und also ich denke man kann so ja so kann man es ein bisschen erkennen es ist wirklich der schimmer hat sich einfach auf dieses papier mit dem kaffee drauf gelegt und ich finde es mega cool diese abdrücke die ihr hier seht wie sind die reingekommen es ist kein gitterrost oder sonst irgendwas das hat sich wirklich durch die kanten von der rolle so ergeben also das ist jetzt nicht die originale kante aber ihr habt ja hier so eine plastik also so ein plastik teil drin wo ihr dann die rolle einsteckt und durch das drücken also da war schon relativ wenig kaffee noch da und durch das drücken drückt ihr logo also wenn ihr fester drückt drückt ihr hier kann man so jetzt nicht erkennen also wenn ihr hier drückt so kann man sehen dann drückt ihr ja quasi diesen diese plastik rolle ins papier also wenn ihr zu wenig kaffee habt oder weniger kaffee habt dann drückt ihr diese plastik rolle ja auf das papier und dadurch sind tatsächlich diese kanten entstanden also das ist einfach zufall gewesen wie ich da eben jetzt gerollt habe also ja ich finde es ziemlich cool muss ich ganz ehrlich sagen auch hier dieses muster also wie sich dieses muster eben ergibt das ist alles dieser schaum der dann aufgetrocknet ist so hat sich das eben dann ergeben hier ist noch ein bisschen acrylfarbe mit drauf da habe ich vorhin überlegt ob ich es abpobel ich habe aber zu viel angst da hat es einigermaßen geklappt ich lasse es genauso weil ich einfach ein bisschen schiss habe dass wenn ich das jetzt abpobel dass ich dann weiße flecken habe man sieht es in der kamera leider wirklich nicht so richtig geil wie es eigentlich in real life ist so das sind jetzt die hier da ist es ein bisschen dunkler da sieht man den glanz schon ein bisschen und da sieht man auch die struktur recht gut möchte ich sagen also das ist alles diese diese farbstruktur ist alles durch den durch diesen schaum entstanden hier sind wieder so ein paar knickel mit drin aber das macht es dann eben aus so das waren jetzt die die mit der acrylfarbe mit dieser kupferfarben acrylfarbe und hier haben wir jetzt also das ist jetzt so predestiniert dazu zu sagen wie eben die struktur oder wie einfach dieses muster auf trocknet noch also das ist ich finde es mega cool also das hier ist einfach so diese schaumbahnen die dann an der seite wenn ihr hier fahrt und aufdrückt und relativ viel kaffee drauf hat dann waren ja hier diese schaumbahnen stehen geblieben und so entsteht dann einfach dieses muster und alles innen drin sieht fast ein bisschen aus wie fell sage ich jetzt mal oder vielleicht auch wie holz wie eine maserung eben einfach auch hier könnte den zebra ausschnitt sein hier gab es kleine luftbläschen es ist einfach überall anders also es trocknet immer einfach anders auf sage ich jetzt mal das ist ziemlich plan und es riecht so gut nach kaffee ja so und das sind jetzt die wo ich absichtlich weiße flecken gelassen habe hier ist leider ein kleines loch reingekommen aber so was genau und die sind jetzt auch hier haben wir wieder so durch diese rolle oder durch dieses blast das hier drin ist einfach zu fest aufgedrückt oder sehr fest aufgedrückt und dann sind hier so streifen drin und ja ich denke man kann so an jedem an jedem kreis irgendwie was cooles sehen also hier haben wir schon mal den lachen und dann bräuchten wir hier nur noch zwei augen ja das so sind diese crunchy papiere eben entstanden was man daraus macht ist es ja eigentlich immer und jetzt geht es glaube ich schon los genau und jetzt habe ich hier relativ viele a4 papiere ja wo ich wirklich nur noch rest kaffee hatte wo ich dann gedacht habe okay was noch rauskommt darf noch aufs papier und alles andere muss dann eben die gestaltung machen aber sind trotzdem richtig schöne färbungen noch raus gekommen auch das hier sieht doch echt mega cool aus also das hier ist zum beispiel auch wieder so 1 da habe ich ganz wenig farbe nur noch gehabt oder nur noch ganz wenig kaffee und wenn ihr dann so richtig fest aufdrückt beim rollen dann bekommt ihr einfach diese streifen rein also dieses dieses gestreifte muster hier hinten war dann noch ein bisschen mehr anscheinend das ist auch noch ein bisschen vollflächig aber es ist so ein ganz warmer ton mit diesem und da ist noch so ganz leicht von dieser acrylfarbe so ein ganz leichter schimmer und so ein ganz leichter glanz mit drauf auch hier auch das hier ist sehr durch also noch wenig wenig kaffee wenig material und dann recht hart aufgedrückt sage ich jetzt mal entstanden das finde ich eigentlich auch ziemlich cool also da habe ich wirklich in die richtung in die richtung in die richtung und dann wieder auf die kurze seite diagonal einfach den restlichen kaffee gar drauf gedrückt ist auch noch auch hier sehr wir im ersten moment aber wo es dann reinpasst oder das hier das habe ich so liegen gehabt oder so ja so hatte ich das linke und habe dann einfach wirklich nur so ein paar streifen noch drauf sieht vielleicht in der kamera jetzt auch ein bisschen unspektakulärer aus als es tatsächlich im echten aussieht und hier habe ich jetzt noch ein paar von den a3 papieren eingefärbt und auch hier habe ich manche doppelt gestrichen also vorne und hinten gestrichen und manche habe ich nur gedrückt das hier ist glaube ich ein doppeltes gestrichen ist und das sind einfach wunderschöne maserungen entstanden also das ist einfach so viel zu entdecken auf den papieren auf dem jetzt vielleicht persönlich aber auf den nächsten also hier zum beispiel versuche ich mal das zweite zu finden ja also da habe ich wirklich das erste also eingestrichen dass hier tatsächlich einfach nur eingestrichen und habe dann mit der mit der rolle also beim rollen einfach einmal komplett und dann habe ich hier so einfach immer mal mit der rolle so drauf gedrückt dass da einfach wieder dieser schaum entsteht und habe das dann einfach so oben drüber also so rum muss es wohl gewesen sein oben drüber habe dann das hier gestrichen und habe dann so weiter gemacht also habe das einfach erst mal liegen gelassen habe dann das nächste wieder drauf gelegt und wieder abgedrückt und so kommen manche jetzt da einfach zustande also das hier ist dann auch absichtlich weiter gelassen also mit weniger kaffee also nicht noch mal drüber gegangen und das ist dafür ein doppelt gestrichen ist vorbei also ich versuche es mal so zusammenzulegen ich denke ich denke also bin ich also anyway ist ja auch völlig egal ich wollte euch eigentlich ja auch mit dem video nur zeigen dass wir das einfach auch mal mit so einem schaumstoff rollen ding probieren können das kostet glaube ich bei action 2 euro oder so und macht mega viel spaß auch hier sind unglaublich schöne muster entstanden also es ist ein unglaublich schönes papier geworden hinten ist es sehr sehr gleichmäßig da habe ich sehr gleichmäßig anscheinend aufgetragen das hier ist glaube ich auch wieder ein gepresstes also was ich einfach drauf gelegt habe aber auch diese maserung ist doch einfach mega geil guck mal wie das also hier so ich finde das mega schön geworden das ist wieder gestrichen glaube ich auf der seite und hier sind dann auch wieder auch wieder so ein gedrücktes und von hinten dann gestrichen das hier muss ich ein bisschen auf seite legen weil das ist glaube ich tatsächlich mein aller aller erstes dass ich gemacht habe gestern sehr gestern schon mal ausprobiert und hier haben wir noch ein a3 papier das sieht man auch hier so ein bisschen diesen glanz noch mit also diese diese acrylfarbe noch mit und ja das ist glaube ich wirklich das allererste dass ich gestrichen habe und es fühlt sich einfach so schön an man hat schon man hat schon ein bisschen so einen oder man muss man schon so ein bisschen ein haben das hat ein bisschen gewackelt oder zwack ist hier gerade mal ein bisschen euch die kamera relativ weit unten habe dass ihr mich gut versteht wegen dem rauschen das war es auch schon ich habe mir hier schon meine unterlage ist leider von uns gegangen wer meine traurige und schmutzige unterlage gekannt hat die ist leider von uns gegangen ich habe mir jetzt hier einfach so ein bisschen packpapier auf den schreibtisch geklebt hiermit hast du nicht gesehen krepant ich werde jetzt dieses video hier schließen ich mache jetzt hier an meinem papier noch ein bisschen rum und schaue mal was ich daraus machen kann und euch in einem der nächsten videos zeigen kann ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht mir hat es unglaublich viel spaß gemacht damit jetzt rum zu klecksen und rum zu hantieren macht es doch einfach mal selber sagt mir in den kommentaren gern mal wie ihr euer papier färbt mit tee kaffee oder auf welche art und weise pinsel hast du nicht gesehen und dann würde ich sagen sehen wir uns bei einem der nächsten videos wieder kopf hoch und füße auf den boden bis bald